Wir bei Lindenmann haben uns auf die Fertigung von komplexen CNC-Präzisionsteilen auf hochmodernen CNC-Maschinen spezialisiert. Dazu brauche ich nicht nur sehr gute Mitarbeiter, eine Top-Mannschaft, sondern auch zuverlässige und gute Maschinen. Seit 1974 setzen wir CNC-Maschinen ein, damals NC-Maschinen, sogar noch mit Lochstreifen. Seit 1989 haben wir die ersten Heller-Maschinen bei uns im Einsatz. Das war eine BA2 und seitdem hat uns Heller überzeugt. Wir haben insgesamt rund 50 Bearbeitungszentren. Die Heller-Maschinen haben uns überzeugt durch ihre Stabilität, Genauigkeit und auch die Zuverlässigkeit. Ich freue mich, dass an den 125 Jahren Heller-Geschichte auch wir als Kunde teilhaben können. Toll wäre natürlich ein 125 Jahre Jubiläumsmodell zum Sonderpreis. daí wäre es! Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal! Ja das so, wir sehen uns beim nächsten Mal! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020